Hexenei Dieses ist ein Hexenei. Dieses Hexenei fand Anne im Garten beim Umgraben. Wir legten es in einen Plastikbehälter und innerhalb von einem Tag wuchs daraus eine Stinkmörche. Diese Stinkmörche ist ein Pilz, der sehr stark Düfte ausströmt, unangenehme Düfte. Es stinkt wie Aas, ganz furchtbar, aber Fliegen haben das gern. Sie kommen, setzen dich drauf, naschen etwas von der Flüssigkeit, die da drauf ist und sie verteilen dann die Spuren. So sieht das Gebilde aus. Plötzlich öffnet es sich und der Pilz wächst hervor. Da ist schon eine Fliege. Die Flüssigkeit Die Flüssigkeit Die Flüssigkeit Die Flüssigkeit Die Flüssigkeit Die Flüssigkeit Untertitelung des ZDF, 2020